So, damit sind wir bei Planet Zoo. Endlich im Full Release. Und wir fangen, würde ich an sagen, mit der Karriere. Habe ich in der Beta noch nicht reingeguckt. Katze. Ähm, Entschuldigung. Ja, in der Beta gab es ja noch einige Bugs, durch die fast das Spiel war. Aber ich hoffe, das passt jetzt alles. Von daher starten wir mit der Karriere. Äh, den kann ich schmeißen jetzt gleich raus, wenn du dich nicht benimmst. Leg die mal hin. Okay, wir fangen an mit der ersten Mission. Goodwin House. Äh, die erste Mission ist, glaube ich, eher so eine Art Tutorial. Das heißt, da wird man ein bisschen schneller drüber gehen, weil ich es ja durch die Beta eigentlich schon kenne, wie man spielt. Schauen wir mal. So, ich hoffe, das Spiel ist jetzt zu laut. Wird auf jeden Fall, ähm, nach der Kampagne oder vielleicht auch zwischendrin, auch das Freispiel spielen. Mal freier bauen können. Ah, haio, Ademmatu. Oh, 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 tut mir leid. Ich spreche immer mal wieder versehentlich, Blanko. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernhard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau nennt mich Bernhard. Und das nur, wenn ich unsere Tippe hier mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe. Und ich bin sehr stolz auf ihn und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Ja. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon mal gemeinsam Pferde stehlen. Bestimmt. Nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Okay. Hallo. Dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Ja. Ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzly-Bären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Den Grizzly. Der ist doch bestimmt... Wo ist denn der Grizzly? Boah. War ein schönes Gehege. Das Wasser habe ich noch nie so schön gebaut gekriegt. Äh, okay. Wir suchen aber erstmal den Grizzly. Soll ich den jetzt so suchen oder was Menü? Wie hätte die Dame das denn gern? Ich glaube, ich soll den so suchen, oder? Das sieht nach Grizzly. Ähm. Ernsthaft? Wirklich? Also, wie sieht das falsch aus, oder? Ähm. So, Grizzly-Gehege. Ach, ich soll mir die Grizzly-Kamera anschauen. Ja, warte mal. Ich muss den erstmal erwischen. Ich habe ihn still nicht. Okay, wir machen es kurz anders. Zack. 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 Zackary. Kann ich dich nicht doppelklicken? Das ging doch immerhin bei der Beta noch. Dann hat sie mir eigentlich das Tier ausgewählt. Wieso geht das jetzt nicht? Ich möchte das Tier auswählen. Oh, das fängt ja gut an. Das ist ja der Wahnsinn. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzly-Bären auch Ursus Arctus Horribilis genannt? Bis zu sieben Monate... Ich kriege den nicht. Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Ich überlege gerade, ob das ein Bug ist. Die können doch... Also, sorry. Schauen wir uns jetzt anders. So. Hi. So. Guck mal, den anderen auch noch wunder. Hab ich schon? Danke. Hallo. Okay. Wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Das ist aber nicht von dir, Nancy. Aber auf der anderen Seite. Der Pantera Leo Leo. Hi, Baby. Für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen. Und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brüllant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Aber schon cool, ne? Auch das Schwimmen. Fühlt mir echt gut. Kommt die Mami. Und der Papi. Hallo, Freunde. Vor allem... Hier sieht man es auch an der Mähne, ne? Wie das nass glänzt. Ist richtig nass jetzt. Das ist schon cool, ne? Richtig cool. Äh, was willst du jetzt finden? Das leere Gehege. Ja, natürlich. Hast du mir wieder markiert, ja? Mhm. Tiere? Warzenschweine. Warzenschweine. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Ich bin da zu schnell, oder? Ich hoffe es mal nicht. Sehr gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Das sind ja nötige Gebäude eigentlich. Wir müssen sie an und wir aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren. Aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte gelehrt. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Eigentlich müssen sie zuerst in die Quarantäne. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung passiert. Also ich habe die immer in die Quarantäne. Bist du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Äh, ja, habe ich schon. Jetzt kommt der Tierpfleger quasi. Ja, aber da brauche ich keinen Zuhause. Das machen die automatisch. Die bringen jetzt die riesengroße Kiste. Der rennt hier im Highspeed durch, ne? Sag ich doch. So, schauen wir uns das mal an, was jetzt abgeht. Plopp. Hallo. Wieso habe ich denn hier noch nichts? Muss ich dir erst erforschen? Mal mal, dass das... So, du wirst mehr lange, langes Gras. Die Erde können wir wieso reduzieren? Natürlich eine Wasserschüssel und ein Futtertrog. Schön in die Nähe von den Leuten, damit die auch was sehen. Füllen wir ein herrliches Schlammbad für die Wassenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Das machen wir hier hin, wenn ich gesagt habe. Beziehungsweise den Beschäftigungsspielzeug wäre. Sieht doch schön aus. Schaut mal. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Aufrag, wie man muss reichen. Ja. Deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich durcheinander neben den Flusspferden. Ne, also sorry, ich muss die doch hier zufriedenstellen. Moment, also das machen wir Afrika. Ich kann auch keine Bäume... Och, wie gemein. Ich kann die nicht mal richtig zufriedenstellen. Na gut. Dann halt nicht. Dann kümmern wir uns halt mal um die Strauße. Von mir aus. Von mir aus. Bin zu schnell. Es tut mir leid. Es ist einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Ja, äh. Ich würde lieber Glas bauen. So. Gut. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Ja. Hammer. Gut gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Mhm. Du hast wahrscheinlich gemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können. Zumindest nicht ohne Stehleiter. So. Bist du Glas? Und da machen wir auch noch ein Glas. Ah, darf ich nicht mehr. Ja, okay. Machen wir es halt so. Die Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Ja, ich darf ja nicht mehr, Mensch. Wenn du die Gelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Das zeigt sie mir jetzt schon. Nun müssen wir nur noch eine Spendenwüchse hinzufügen. Gut. Wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenwüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zooes und sie sollten ein absolutes Fußes für dich sein. Ist so individuell gebaut irgendwie. Fällt mir gut. Okay, vier Strauße brauchen wir jetzt. Ja, da zurecht. Außerdem kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der schnellen Vorlaufschadung erheben. Entschuldigung, ich bin wieder zu schnell. Dann vergeht die Zeit doppelt oder fünfmal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Auch nicht schlecht. Wie dem auch sei. Höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Ja. Holen wir uns doch vier für hier. Okay, das läuft schon mal flüssig. Das hat nämlich auch teilweise Bugs gehabt. Von daher finde ich das schon mal gut. Die müssen wieder nicht in die Quarantäne, ne? Habe ich da recht? Wir haben übrigens einen sehr guten Strauß. Goldmedaille und zwei Silberne sind auch nicht schlecht. Halt, ich wollte mir das kurz zeigen. Es macht sich übrigens durch die Werte hier. Also hat eine recht hohe Lebenserwartung, ist sehr fruchtbar, eine gute Immunität und die Silbernen sind quasi ein bisschen geringer. Sind aber auch recht gut. Sortieren wir da? Eigentlich müsste ich nicht sortieren, wir haben ja fast nichts zur Verfügung. Also es gibt quasi diese Futterspender, die auch gleichzeitig eine Spielmöglichkeit bieten. In dem Fall ist es ein langsamer Futterspender. Wo sie halt Schwierigkeiten haben, schnell zu essen. Müssen sie sich ein bisschen bemühen. Da kommen unsere Strauße. Und zack. Das ist der Mann. Da sind die Weiben. Gut. Okay. Ihr wollt natürlich noch mehr, ne? Eine große Futterschüssel. Hier sieht man dann... Okay, da ist die Kamera. Könnt ihr was schreiben, ob die Kamera da okay ist oder ob wir die lieber woanders packen sollen? Aber eigentlich stehen hier jetzt dazu, die wichtigsten Daten. Einfach mal in die Kommentare am besten schreiben. So. Wo ist jetzt hier der abgeschlossen? Sehr gut. Kurz ist das Gras. So. Gut. Das ist am grünen Bereich. Da zeigt es eben an, dass sie vom falschen Kontinent sind. Passt halt nicht so ganz, ne? Aktivisten? Die Wartenschweine sind da zufrieden. Könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor. Deshalb sollten die Hütten in Gehege-Nähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Okay, das ist es halt fies. Jetzt kommen Aktivisten, weil ich hier nicht viel machen kann gerade. Aber okay. Das ist in Ordnung. Ich baue eine Tierpflegerhütte. Oh, sogar eine recht schöne. Wo soll die hin? Irgendwo in der Nähe vom Weg, ja. Ja, oder manuell drehen oder so drehen, ja. Wo hättest du die jetzt gern hingekauft? Im Grunde ist es egal. Es schadet, dass es jetzt nicht anzeigt, wo überall schon welche sind. Boah, der Giraffengehege ist ja aber auch geil, oder? Mit der Aussichtsplattform da oben. Finde ich richtig cool. Fällt mir gut. Wo bauen wir die denn jetzt hin? Blöde Frage. Nächste Frage. Das ist alles ganz schön dicht bebaut, finde ich. Also viel Platz hat man da irgendwie nicht. Ah, hier möchtest du die haben. Okay. Bitteschön. Ja. So. Okay. Das sind Mitarbeiterwege übrigens. Da können die Besucher da drüber laufen. Okay. Okay. Mhm. Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Ja, dann ist ja eigentlich alles abgedeckt. Jetzt ist alles blau geworden, weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Ja. Ach komm, also das passt doch jetzt. Achso, die Straße muss nach vorne. So. Das finde ich so unlogisch, dass das ein normaler Weg ist und kein Mitarbeiterweg. Ja. Königstiger! Hatte ich noch nie, hatte ich noch nie. Aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten. Aus Beton und Glas. Mach dich an die Arbeit und baue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Rechen da keine Ziele. Und die Entsordnung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Das ist aber grad verrutscht. So verrutscht, ist grad zu komisch. Moment mal, das ist jetzt aber komisch hier grad. So. Biss mal da nochmal an. Ja, ein bisschen um die Felsen rum. Ach, warte mal. Ich probiere es mal mit ihm gewölbt. Ja, das ist irgendwie... Das ist schwierig teilweise. So. Wir gehen mit dem Glas... Ich würde es gerne hier kraten. Moment, wir setzen hier nochmal neu an. So. Wir haben noch zwei Glas. Und den Rest machen wir Beton. Wir gehen hier um die Kurve rum. Wir gehen hier wieder gerade rein. Also manchmal ist es ein bisschen halt hagelig, finde ich, das Bauen. Okay. Und dann gehen wir wieder grad weiter. Oder auch nicht. Ach, das ist echt... Ach, das ist echt... Das ist schwierig teilweise, finde ich. Das wirklich so hinzukriegen, wie man das gern hätte. So. Ein Gehegeeingang brauchen wir noch. Den machen wir hier unten an den Mitarbeiterweg. Das ist ein Gehegeumzäuner. Das ist ein Gehegeumzäuner. Das ist ein Gehegeumzäuner. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Springe dich so hoch, echt? Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Das wäre... Das muss ich kurz warten. Das weiß ich nicht, wie man alles markiert auf einmal. Super. Markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Ziehen. Okay. Ich habe immer nur geklickt. Cool. Okay. Wie viel brauchen die denn? 3,7. Die Tiger können 3,7 Meter springen. Ernsthaft? Krass. Können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen? Das ist ja mal krass. Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht. Ich mache gleich zwei. Gut. Okay. Die Einfassung ist fertiggestellt. Der Gehegeeingang ist auch da. Und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt die Tiger aufnehmen. Brutal, oder? Der Zug ist halt cool. Okay. Dann heißt es, wir brauchen jetzt zwei Tigerchen. Boah, die kostet aber auch für mich, oder? Das Weible ist echt schön. Das... Boah. Furchtbarkeit 100. Ernsthaft? Haben die gute Werte? Dann das freie Spiel immer denken, was man für Kackwerte da immer hatte. Essen. Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Gefrorener Blutkürbis. Passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu. Eine Weibetafel. Okay. So. Was mit Getränke trinken? Waren die kein Wasser? Also die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Wege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu. Platziere einen Rückzugsort... Oh, der taut doch auf. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen... Also entweder so ein... Aber ganz ehrlich, das ist... Finde ich nicht schön für Tiger. Ich würde wirklich gern... Mal kurz gucken. Ey! Ey! Ich wollte eine Höhle bauen. Ich kann wirklich nur so ein Haus bauen. Okay, nee. Dann nehme ich das Fertige. Dann lohnt es sich, das nicht selber zu bauen, weil es sind im Endeffekt die gleichen Materialien. Die Armen, Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Dustig? Ja, warum kann ich kein Dust? Ich verstehe nicht. Sehr gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Was ist denn zu viel? Eigentlich nix, ne? Ah doch, langes Gras ist zu viel. Warum baue ich denn dann langes Gras? Wo haben wir denn das lange Gras? Da ist noch ein Hauch. Da. Zack. Da ist ganz viel langes Gras. Das müssen wir noch runterkriegen, definitiv. Hohoho. Wird gebrüllt. Hier ein bisschen kurzes Gras. So, jetzt läuft's. Asiatisch. Perfekt geeignet sind die Pflanzen und gemäßigten Biomen Asiens. So. Oh, Mel, passt doch gar nicht. Ist das so ein bisschen zu groß? Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Das ist jetzt immer schwierig, finde ich. Das Platzieren finde ich noch total schwer. So, man sieht, also hier, das hier geht schon mal hoch. Aber das bei Pflanzen nicht. Das heißt, irgendwas muss noch besser werden hier. Also, vor allem, äh, gern irgendwas Niedriges. Mal hier vor der Hütte noch. So. Eisdornbusch. Bananen, zwei verschiedene. So. Bambus machen wir noch hin. Und, da können wir nicht. Ja, das Pflanzen müssen wir sicher noch hochkriegen. Wir machen jetzt erstmal die hier weg. Goldakazienbusch. Hakendornakazie. Normalerweise würde ich die jetzt, wenn es mehr ums Geld gehen würde, würde ich die jetzt auch versetzen eher. in ein anderes Gehege, wo es besser passt. Aber, ich glaube, kein Problem kriegen wir hier nicht. Okay. Ach, das Rohrschild ist nicht passend, echt. Ach komm, stell ihn jetzt mal an. Tiger. So, jetzt muss ich noch gucken, welchen Baum möchten die denn unbedingt, dass sie zufrieden sind? Wollt ihr echt eine Ulme? Ja. Boah. Von mir aus. So, jetzt müssen wir die Pflanzung noch. Das ist doch aber keine Stechpalme. Das ist eine Stechpalme, echt? So, wir haben's. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch da sind. Gut am Spenden, die Leute schon. Das ist doch super. Ich hätte denen echt gerne eine Höhle aus Felsen gebaut. So finde ich das echt ein bisschen schade. Wieso kann ich denen eigentlich kein Wasser bauen? Das finde ich echt ein bisschen merkwürdig. Okay. Also dann, wähle einfach einen Pfau aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge... Dem geht's aber recht gut. So wie eine Jungtülle. Also wir brauchen mehr Tiere. Oh Gott, das sieht ja schlecht aus hier. Mensch! Ah, sie sind gemäßig drunken. Kannst du wieder noch mal? Ja, wir brauchen noch ein erwachsenes Tier. Hm? Drei. Na, stopfen wir aber gut voll, oder? Na, los. Du weißt ja, wie das geht. Ja. Normalerweise hätte ich jetzt geguckt, dass ich eher nur den Goldenen vielleicht reinmache. Damit die sich paaren, oder? Aber gut. Wir setzen drei neue Pfauen rein. Ich glaube, einer hätte schon gereicht, um ins Grüne zu kommen. Gut gemacht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Ich finde es jetzt gerade schade, dass man die Gegend nicht fertig machen kann. Oh, was ist mit dir los? So schlechte Laune? Mhm. Temperaturpastell. Alter, wie hoch! Ja, gut, das ist ja auch mies. Also, sorry. Das ist ja auch derb, dass die, da wo sie sich ausruhen dürfen, geschützt sein sollen. Dass die gerade da... So. Da kann man reingucken. Und so nicht. Okay. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leoparden. Ja, da ist natürlich... Da passt's. Da ist aber auch... Wie du sehen kannst, haben wir bereits... Ja, die ist ja komisch versetzt, oder? Platzieren wir weitere, um eine möglichst kurze Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt. Aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Ja. Noch ein wenig. Ich würde gern... Kann ich sie ja größer? So, ich drehe mal kurz die Geschwindigkeit hoch, bis es hier runtergekühlt hat. Sehr schön. Ich würde ihn jetzt gern versetzen. Darf ich das jetzt? Nein. Das ist doof. Dann muss ich da ja noch einsetzen, oder? Drei Klimaanlagen soll ich dazu? Wieso denn? Eigentlich nicht so nötig, oder? Und kalt. Jetzt ist er doch fröhlicher. Schaut mal, wie der rumrennt. Wenn die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leobarden brauchen Schnee und Felsen. Das kümmern wir hin. Das hat gar nicht so viel Stress, der arme Kerl. Okay, ähm... Wir kümmern uns erst ums Gelände. Das, finde ich, geht immer recht schnell. Die brauchen auf jeden Fall... Das lange Gras muss weg. Das ist jetzt immer so ein Fall, wo man so suchen muss. Immer nach dem ganzen Schnee... Äh, nach dem langen Gras. Wo ist denn noch ein langes Gras? Ich seh hier gar keins. Da unten drin? Das ist halt kein langes hier. Wo ist denn das lange Gras? Gute Pause machen. Und gleich da eben. So. Okay. Ich glaube, wir wollten ein langes Gras suchen, ne? Wo ist denn mein Schnee-Leopardy? Schnee-Leopard? 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 Wo ist er denn? Halt. Ach. Zeig' ich mal her. Noch viel zu viel langes Gras. Wenn ich jetzt wüsste, welches Gras hier denn so lang ist. Da geht's nicht runter. Das ist langes Gras hier, hätte ich gesagt. Das ist aber doch alles kein langes. Wir machen jetzt einfach mal alles Gras weg, oder? Schnee kann ruhig mehr werden. Okay. Wir machen jetzt einfach mal überall Schnee hin. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Reicht? Ich habe gar nicht den Balken. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere hinzubehebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zug geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Okay. Moment. Ja, dann machen wir das halt. Zooverwaltung. Ähm, Tiere. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Tja, aber schön grün. Wenn du was nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mache kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Ja gut, ich, äh, gehe einfach Gehege für Gehege durch, weil da passt ja mal gar nichts. Also ganz ehrlich. Ähm. Ihr habt viel zu viel Erde. Was wollt ihr denn noch? Ein bisschen mehr. Kurzes Gras. Könnt mal ein bisschen mehr euch hinhauen, ha? Ähm. Hier wohl ein langes Gras noch. Die Erde muss weg. Das ist Erde hier, ja, ne? Wieso haben die denn eine Höhle? Das passt ja irgendwie gar nicht, oder? Das ist ein bisschen merkwürdig. So, Erde muss noch mehr weg. Wer geht in das Gehege hier? So, zack, zack, zack. Ja, der Stall passt schon viel besser. Ach, das ist sogar so gebaut, dass die hier in den Stall auch noch reinlaufen können. Boah, das ist ja echt cool. Bisschen wie die Schreckzugsorten, oder? Wenn da überall die Leute sind. So, mehr. Ja, 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 ja. Ah, okay. Das passt auch. Viel zu viel beschw... Okay. Oh. Jetzt haben wir ja alles verfügbar, ja. Ähm. Und jetzt Giraffen. So. Dann noch irgendwas Futtermäßiges auf jeden Fall. Das ist was für Affen. Kleiner Ball wird eh nix sein. Hundeball wird auch zu klein sein für die. Gut, hier habe ich ja auch, ähm, Zebras drin. Für die brauche ich wahrscheinlich auch noch irgendwas. Steppenzebra. Greifball. Bitteschön. Okay, Futter. Netzgiraffe. Ich brauche irgendwas für die Netzgiraffe. Haben wir das normaler Futtermäßig? Okay, Moment. Ich mache jetzt doch mal einen Filler kurz rein. Wobei, ich kann es auch dadurch machen, ne? Lebensqualität durch Futter. Ist doch voll hoch. Müssen die dann klettern? Ah, das sieht doch schon besser aus, oder? Das ist zumindest mal für Steppenzebra nicht schlecht. Netzgiraffe. Ha, 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 ha. So. Ach, das war's schon. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Es gibt noch viel mehr Futter. Das war's schon. Aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Burnie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Oh, die Giraffen sind mega geil. Oder? Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hin schnurren. Nun, schnurren, grunzen, greifen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen. Ha, ha, ha. Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Nein. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy, schuldig mich. Einen Foxy Coffee. Einen Foxy Coffee. Ich habe gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Verstehe mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Gut, wie ein Frosch, oder wie? Oder ein Bernie Frosch, das ist halt jetzt die Frage. Ähm, ja, wir haben es jetzt geschafft, ne? Ja, Besuch, okay. Wieso laufe ich hier rum? Ja, tatsächlich. Ja, hi. Na, Fanny, alles klar. Okay, ähm. Ja, ich glaube, dann haben wir das jetzt, oder? Hätte ich gesagt. Nächste Mission. die ist auch ein ein Beizub Beschreibung. Ich glaube, dann habe ich das, unser Ge술gefśliيتchen, Und ich habe dasんでicioniert. Ja, wie ihr seht, der … Vielen Dank.